Auf einer Fläche, die etwa halb so groß wie Österreich ist, leben in der Schweiz mehr als 8,8 Millionen Menschen, also beinahe ebenso viele wie in Österreich. Mit unserem westlichen Nachbarland beschäftigen wir uns diese Woche in der Betrifft-Geschichtereihe Die Schweiz. Neutrale Eidgenossenschaft mit direkter Demokratie. Mehr über die fragilen Fundamente der Schweiz erfahren Sie nun vom Historiker André Hohlenstein. Die Eidgenossen spielen seit dem späten 15. Jahrhundert eine wichtige machtpolitische und militärische Rolle, insbesondere auch in den Italienkriegen, wo man manchmal mit Frankreich verbündet ist, manchmal mit Habsburg und dem Reich verbündet ist und dem Papst. Letztlich beginnen die Eidgenossen im Verlauf des zweiten Hälftes, spätes 15. Jahrhundert, klar eine eigenständige machtpolitische Rolle zu spielen, was nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken ist, dass sie eben militärisch-infanteristisch sehr effizient waren, insofern eben für die Mächte zu einem wichtigen Player wurden. Und durch die Tatsache, dass die Eidgenossen dann mit verschiedenen Kriegsparteien auch Allianzen, kurzfristige Allianzen schliessen, zeigt, dass sie eben aus diesem Reichsverband nach und nach nicht ausscheiden, aber zu einem eigenständigen Akteur noch im Rahmen des Reichsverbandes werden. Und letztlich von allen Entwicklungen im Reich mehr oder weniger lossagen, sie nehmen nicht an den Reichsreformen von 1495 teil, sie besuchen die Reichstage nicht mehr, sie zahlen auch keine Reichssteuern, also sie geben dem Reich zu verstehen, wir gehören zwar dazu, aber all das, was ihr von uns wollt, da versagen wir uns, da machen wir nicht mit. Das heisst, es ist ein langsames Auseinanderleben und letztlich ist 1648 dann nur noch die letzte Entscheidung, die eben dieses langsame Auseinanderleben sanktioniert. Mit dem westfälischen Frieden 1648 wurde der 30-jährige Krieg beendet. Große Teile der Schweiz blieben von den Kampfhandlungen verschont. Gekämpft wurde vor allem in den Randgebieten wie der Südostschweiz oder im Nordwesten, dem damaligen Fürstbistum Basel. Die Schweiz scheidet 1648 aus dem Reich aus und sie tut es nicht zuletzt, weil der französische König im Hintergrund sehr stark darauf gedrängt hat, dass diese letzten Verbindungen ans Reich gekappt werden. Es war der französische Gesandte auf dem westfälischen Friedenskongress, der dem eidgenössischen Gesandten Wettstein, dem Basler Bürgermeister, eingeflüstert hat, Hey Wettstein, höre auf, noch weitere Reichsprivilegien zu fordern. Es geht um eure Souveränität. Das ist der Begriff, den ihr in die Waagschale werfen müsst. Und warum tut Frankreich dies? Frankreich hat ein eminentes Interesse, die Eidgenossenschaft definitiv aus dem Reichsverband herauszulösen, um die Orte noch enger an sich zu binden. Also deswegen ist diese schöne Erzählung von der Unabhängigkeit vom Reich höchstens die halbe Wahrheit, denn die wird gewissermassen eingehandelt um den Preis einer noch stärkeren Abhängigkeit von Frankreich. Und das ist in der traditionellen Nationalgeschichte gerne unter den Teppich gekehrt worden, dass die Schweiz nach 1648 sehr stark in der Regierungszeit Ludwigs des 14., des 15. letztlich ein französisches Protektorat war. Der Einfluss Frankreichs auf die alte Eidgenossenschaft ist im 17. und 18. Jahrhundert so groß, wie der Einfluss des Reichs früher nie gewesen war. Politisch war und ist die Schweiz ein überaus heterogenes Gebilde. Das liege, so der Historiker André Hohlenstein, in ihrer Aufteilung in weitgehend selbstständige Kantone. Letztlich ist dieses komplizierte Bündnisgeflecht schon seit seinen Anfängen höchst konfliktanfällig gewesen. Denn die alte Eidgenossenschaft ist zusammengesetzt aus sehr grossen, sehr mächtigen Kantonen, etwa Bern und Zürich oder Luzern und sehr kleinen, relativ schwachen Kantonen, insbesondere Appenzell oder dann die Länderkantone Uri, Schwyz, Unterwalden, aber auch Zug dieser Zwitterkanton sind sehr klein. Das heisst, es gibt immer wieder machtpolitische Ungleichgewichte. Das ist das eine. Wirtschaftlich sind sie auch sehr unterschiedlich stark. Die Städte Zürich, Basel, Schaffhausen entwickeln sich wirtschaftlich sehr viel stärker als die noch immer bis am Schluss stark agrarisch-bäuerlichen kleinen Länderkantone. Diese Bruchlinien sorgen schon im 15. Jahrhundert immer wieder für gravierende Konflikte. Dann kommt mit der Reformation eine weitere neue Bruchlinie in das System. Die Schweiz gehört ja zu den frühesten Zentren der reformatorischen Bewegung mit Zwingli, etwas später mit Calvin in Genf. Die Tatsache, dass es nun Neugläubige und Altgläubige, später wird man sagen protestantisch-reformierte und katholische Kantone gibt, fügt dem ganzen System eine neue Bruchlinie ein. Zum Glück aber haben sich diese Bruchlinien nicht gegenseitig verstärkt, sondern sie lagen über Kreuz miteinander. Sie haben sich ein Stück weit gegenseitig neutralisiert. Oder um Ihnen das an einem Beispiel zu erzählen, nicht alle Städte waren groß und mächtig. Es gibt auch kleinere Städte. Und nicht alle Städte wurden protestantisch, sondern es blieben wichtige Städte katholisch. Das heisst, diese Bruchlinien potenzieren sich nicht, sondern sie neutralisieren sich ein Stück weit gegenseitig. Und das hat nicht zuletzt eben dazu beigetragen, dass gewisse Gemeinsamkeiten letztlich halt doch immer noch überwogen und dieses komplexe Gebilde nicht auseinanderflog, wie man es hätte vermuten können. Fragile Fundamente. Teil 2 der Reihe Die Schweiz. Neutrale Eidgenossenschaft mit direkter Demokratie. Sie hörten André Hohlenstein. Bis zu seiner Emeritierung unterrichtete er ältere Schweizer Geschichte und vergleichbare Regionalgeschichte an der Universität Bern. Gestaltung Andreas Wolf. Redaktion Robert Weichinger. Morgen Helvetische Republik.